Genau, jetzt muss ich zu der Klamottenhändlerin im fremden Viertel. Naja, und ich muss zuallererst nach Halo in den Tempelbereich, also in den Tempel von... aus Halo. Ich muss noch einen wichtigen Zauber, den ich mir holen wollte. Und eine Mission. Ne, das ist rigoran. Ha, ist falsch. Schönes Wetter. Da ist Hausfahne. Komm schon an. Na, lass mich durch. Ey, geht hier wohl weg. Hier. Ja, Outlander. Was willst du? Resist Paralyzes. Oder... Spam-making. Was ist Power Terralizer? Keine Ahnung Self One One Training Restoration Ist mein Stamina? Ob er generiert ist Oh Mais Die haben ja dieselbe Wahrscheinlichkeit Hä Ok Zuzang 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 Ich werde loswerden Geh vor, Stranger Anscheinend gibt's nix zwischen extravagant und expensive, das ist scheiße Ich mach mal so ein extravagantes Ding Ah Ich mach mir das noch ein live-Wing Das Stück habe ich noch. Also erst mache ich meine Mama in die Triff. So. 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 Dann kann ich jetzt erstmal so jedes Schloss öffnen. So. 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 Hopp! Haha, gerade wo wir ein Zauber machen wollen. Awww! Spitzel! Nice Come here